Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma StüvenKI4 in Norderstedt und wir sind die absoluten Spezialisten, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. Hier verbaut haben wir im aktuellen Audi TT eine Empire Canbus Alarmanlage. Diese Canbus Alarmanlage schützt über den Canbus die Daten, die vom Canbus in die Alarmanlage eingespielt wird, zum Beispiel Türen, Haubenkontakte, Kofferraumkontakt, Überwachung des Zündschlosses und serienmäßig ist in der Empire Canbus Alarmanlage auch noch ein Zwei-Zonen-Schock-Sensor verbaut. Wichtig ist, dass ihr euch eine nachträgliche Alarmanlage installieren lässt, weil die hat einen riesen Vorteil gegenüber einer werkseitigen Alarmanlage. Zum einen kennen die einen sogenannten Pre-Alarm-Auslösung, eine Vorwarnung, ein Warn-Away-Trigger. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, möchte ich euch gleich zeigen. Aber viel wichtiger ist, die Diebe wissen nicht, wo das von uns verbautes System steckt und wie man das außer Kraft setzt. Die werkseitig verbauten Alarmsysteme, die kennen die Diebe, die beschaffen sich einmalig so ein Fahrzeug, wissen, wo die Wegfahrsperre sitzt, wissen, wo die Alarmanlage sitzt, wissen, wo die Onboard-Diagnose sitzt. Und über die Onboard-Diagnose haben die Diebe das so einfach, sich einen neuen Schlüssel nachzumachen oder die Wegfahrsperre zu deaktivieren oder die Alarmanlage zu deaktivieren. Und die Statistiken geben uns eindeutig recht, diese Autos werden immer mehr geklaut. Und durch den Wegfall der Grenzen, der Grenzkontrollen, haben wir natürlich einen riesengroßen neuen Markt im Osteuropa für Fahrzeugteile und Fahrzeuge. Der Bedarf ist da riesengroß. Das heißt, die Bedrohung wird auf keinen Fall kleiner werden. Deshalb solltet ihr euch auf jeden Fall eine nachträgliche Alarmanlage von uns einbauen lassen. Wir verlegen immer, wenn wir eine Alarmanlage verbauen, auch die Onboard-Diagnose, denn die Onboard-Diagnose ist eine ganz große Schwachstelle in dem Auto. Weil da finden die Diebe immer Zugang zu dem Fahrzeug und wissen, wie sie das Ding lahmlegen können. Ja, aber wir wollen ja gar nicht erst, dass die Diebe mit dem Polenschlüssel an das Ding rangehen und das Ding knacken, sondern wir wollen Prävention. Und Prävention heißt für uns das Radarmodul von Viper, das 508D. Und wie das Ganze in der Praxis funktioniert, das zeige ich euch mal. Schärfen und Entschärfen tue ich das System, wie bekannt, sehr komfortabel über den werkseitigen Audi-Schlüssel. Bleibt also alles wie gehabt. Was jetzt neu ist, wenn ich den Wagen verschließe, generiert die Alarmanlage ein einmaliges Chirpen. Hat folgenden Vorteil, wenn ich das Fahrzeug verlasse, höre ich, da hat was gechirpt. Einmal. Auto ist jetzt sicher. Kann mit einem guten Gewissen weggehen. Wenn ich zum Auto zurückkehre, chirpt der Wagen zweimal. Und wie das System in der Praxis funktioniert, möchte ich euch kurz mal demonstrieren. Dafür schärfe ich das Alarmsystem. So, wenn ich jetzt hier rumrandalieren will an dem Auto, passiert folgendes. Die Alarmanlage löst sofort einen Voralarm aus, den sogenannten Warn-Away-Trigger. Ja, das passiert natürlich auch, wenn ich jetzt zu dicht an das Fahrzeug ran trete. Ich brauche gar nicht den Wagen zu berühren. Das Radarmodul erfasst mich schon bei der Näherung. Sehr praxisgerecht ist, ich kann die Feldgröße von dem Radarmodul stufenlos einstellen. Das heißt, je nachdem, wie doll ich die Vorwarnung, wie früh ich die Vorwarnung haben will, kann ich die Feldgröße kleiner oder größer machen. Funktioniert in der Praxis unheimlich gut. Und was auch sehr cool gemacht ist, ich kann über das sogenannte Multi-Level-Armen sagen, ich will die Sensoren jetzt einmal temporär abschalten. Dafür schärfe ich den Wagen, warte einen kleinen Augenblick, schärfe den Wagen dann nochmal. Dann passiert folgendes, die Alarmanlage generiert ein dreimaliges Chirpen und jetzt, wenn ich jetzt an dem Auto dran bin, generiert die Alarmanlage diese Vorwarnung nicht. Wenn ihr Besitzer eines solchen schönen Autos seid und möchtet auch Besitzer bleiben, dann rate ich euch dringend, euch mit uns in Verbindung zu setzen. Wir verbauen täglich solche Alarmsysteme und die funktionieren wirklich gut. Eine echt gute Investition. Ja, ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unten bei YouTube was in die Beiträge reinschreiben. Versucht, das zeitnah zu beantworten. Könnt ihr aber auch gerne eine E-Mail schicken unter info at kajstüven.com oder ihr ruft mich einfach an unter 0172 4090 295. Vielen Dank für euren Besuch auf meinem YouTube Kanal. Euer Kai Stüven.